Oh, Alter, ey, das ist ja hier echt... Ne? So, ist alles klar, oder wat? Die da einmal nicht hingucken, schon produzieren die wieder Scheiß ohne Ende. Und wieder Fail! Oh, das geht mir auf den Geks! Warum kann es nicht einmal funktionieren, Mann? Ficken! Ich bin zu schwach, um diese verschissenen, verkackten, verfickten Gebäude zu zerstören. Ohne dass die, Wichser, einfach mal einen verschissenen Mechaniker bauen können. Das krieg ich nicht hin. Aber guckt euch das mal an, wie klug meine Highlighten, die auch sind, ey, ne? Ich sag mal... Ah... Und Armee ist immer nur so stark wie das schwächste Glied, und dieses schwächste Glied ist hier definitiv die KI. Oh, ja, komm, gehst mal bis zum Spazieren da hinten, ne? Warum auch nicht, ey? Boah, ich schwitze, weil mir warm ist. Äh, weil ich wütend bin, nicht weil mir warm ist. Natürlich schwitze ich auch, weil mir warm ist, mir ist warm, aber weil ich wütend bin. Oh, Alter, ey, das ist ja... Das ist doch ein Zustand, das Spiel, oder? Ja, leckt mich. Ich brauch die Einheiten. Ich brauch alle Einheiten. Damit ich... Vielleicht die Kaserne, oder was auch immer, irgendwas muss ich schnell zerstören. Bestenfalls die Kaserne. Weil die da nämlich die verkackten, verschissenen... Verhurt mich ja... Die... Die... Die ist denen wieder egal. Es ist denen wieder egal, dass die beschossen werden. Komm, willst du wieder in den Strom rennen? Ja, komm, renn in den Strom, das willst du doch auch, oder? Ja, wie schön, dass ich durch die Meldung einfach mal überhaupt gar nichts hier sehe, grad. Oh, diese KI, Mann! Das ist doch nicht wahr! Boah! Die rennen einfach in den Strom! Ey, ich komm jetzt echt von rechts, glaub ich, besser, ey. Ey, pfff! Ihr könnt mich mal, ihr Wichst, fressen. Mann! Das war ein verschissener Turm, weil dann krieg ich mal eben platt, ey. Oh, und vor allem... Ich hoffe mal nicht, dass... Ist das hier auch so eng? Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal, hey. Verlichte den scheiß Turm doch einfach. Ja, wo rennst du denn schon wieder hin, Mann? Boah, das Spiel macht mich so fettig, ne? Ich meine, das Spiel ist zwar nicht das Neueste, aber... Auch da sollte es vielleicht mal eine KI geben. Bei Tune war die zum Beispiel nicht so blöd, die... Unsere Freunde Einheiten hier. Wo kommst du jetzt her? Kamst gerade einfach mal aus der Wand rausgefahren, hab ich schon richtig gesehen. Wie stark die Einheiten sind, Mann? Ich hab aufgepowerte, aufgemotzte, verkackte, verschissene Krabben. Ja, toll, der kriegt ja... Der holt jetzt ja allein mal eben die Basisplatte, ne? Glaub ich so auch nicht. Was? Das ist ja echt ne Farce hier, ey. Ich krieg das nicht hin. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß es einfach nicht. Boah, ey. Mann. Ich kann ja irgendwo sammeln lassen, klar. Weil kommen die Türme, weil die werden beschossen, weil die sich jetzt nämlich einfach mal denken, Och, ich renne einfach mal bis zum Turm ins Gesicht. Ich greife mich von da an. Ist okay, ist okay. So, tschüss. Wichser. Tschüss, Wichser. Hier ist die Roboterfabrik, die müssen wir zerstören. So, jetzt fände ich ihn erstmal. So, Roboterfabrik müssen wir zerstören. Wo rennst du denn schon wieder hin? Oh, das geht mir sowas von... Zack, ne? Diese Doofheit der Gegner. Das ist ja echt... Der Gegner. Wäre schön, wenn der Gegner doof ist. Schaut euch den mal an. Der rennt gleich eh wieder in den Strom rein. Passt um. Was? Wobei, der hält ja eigentlich bei Laune, dass die Mechaniker da irgendwie... So, da käme ich ja nicht. Stirb, 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 stirb. Ihr könnt ihn auch gerne mal angreifen. Danke. Was? Er hat einfach mal zwei Krabben von mir umgebracht. Zwei. Hallo? Was ist das denn? Okay, aber ich glaube, der erste Vorposter ist gleich hinten, oder? Ich hab Angst. Ja, ja. Nein, meine Krabbe ist tot da unten. Das sah doch so gut aus. Der macht eh alles von mir platt. Der macht alles von mir platt. Das ist doch nicht wahr, Mann! Was ist das denn für eine Scheiße hier? Boah, geht mir das aufs Eis. Alter! Das ist doch nicht wahr. Wie können die das tun? Also, wie... Ich... Ich versteh's einfach nicht. Wirklich nicht. Wie machen die das, dass sie so schnell meine Einheiten vernichten? Was? Mit einer Einheit. Und wo kommen die Einheiten überhaupt her? Ey, ich brech zusammen. Ich brech echt zusammen. Mir ist schwindelig, weil ich so wütend bin. Ich kann doch nicht abwarten, oder ich... Da warte ich halt doch ab, bis ich ein paar Einheiten mehr war. Aber das wird das Problem noch auch nicht lösen, weil dann haben die wieder mehr Einheiten, dann greifen die mich wieder ein und dann ist die Hälfte meiner Einheiten tot. Und alle sind traurig. Vor allem der Dennis. Ich sollstelle. Alter, komm, ich scheiß dann doch auf die Skorpione, immerhin. Da warte ich halt doch ab, bis ich ein paar mehr Einheiten habe. Mann, das muss doch nur einmal gut laufen. Aber die Einheiten, die machen mich echt fertig. Ey, KI ist bei... Oh, Mann. Ich weiß nicht, wie es neu an Strategie teilen ist. Strategie spielen. Aber das ist doch hier doch echt ein Zustand. Das ist doch nicht normal, was hier abgeht. Weil es ist ja nicht so, dass die mich jetzt irgendwie mit Einheiten überrennen oder so, oder dass die einfach so starke Einheiten haben. Nein, die haben eine Einheit, die einfach mal zwölf rote Einheiten mit dem maximalen Erfahrungslevel von mir kaputt machen. Ne? Obwohl es ungefähr, weil das ist eigentlich die beste Einheit, die ich momentan bauen kann, diese Krabbe. Obwohl ich genug Einheiten davon habe, und dann auch noch maximal und alles, ne? Sprich, dann ist die beste Einheit, die ich momentan bauen kann. Aber nö, das ist mir halt mal egal. Alter, Alter. Nein, das mach mich nicht fertig. Nein, nein, nein. Aber vor allem, ich sag mal, die Flusspferde ist eigentlich auch für den Arsch, letztendlich. Ich glaube, ich setze dann lieber doch ein bisschen mehr Wert auf Infanterie, weil die Flusspferde, ich mach den Kohle auch nicht mehr fett. Nö. Was? Auf jeden Fall, ich glaube, das habe ich vorhin schon mal gesagt, hier von wegen, ähm, Einheiten gut gegen andere Einheiten, so wie bei Command & Conquer, das heißt, äh, hier zum Beispiel, dass die Raketen-Werfer vielleicht hoffentlich gut gegen Panzer sind, wohingegen die, ah, okay, der Turm stirbt. Natürlich stirbt der Turm. Oder? Hey, ich habe ja hier irgendwo nicht Mechaniker, genau, Michael und der Mechanics. So, wenn ich dann hier die Einheiten zusammen habe und ich hoffe mal, dass die und mich auch nochmal vorher angreifen werden, ich glaube, den roten Paket wird mal lieber ein bisschen nach hinten, pack doch mal lieber die neuen Einheiten, die neuen Einheiten nach vorne, Dennis, lernen mal Deutsch. Können vielleicht auch alles was werden, aber ich glaube, die trauen sich nicht, mich anzugreifen, bis ich da unten, bis ich die Einheiten hier oben nicht weg habe. Weil die riechen das. Was? Zur Stelle. So, noch Mechaniker, okay, ist glaube ich sinnvoll, nein, ist nicht sinnvoll, dich zu reparieren. Hier oben ist auch noch fit, okay. Oder brauche ich jetzt hier gerade noch? Noch zwei Krabben. Jawohl, die greifen mich an. Oh, das ist gut, das ist sehr, sehr gut, das gefällt mir echt super. Habe ich eben schon ein blaues Level oder so? Ach. Ja, kommt her. Jetzt greifen, jetzt soll mich der Rest auch noch angreifen. Verdammt nochmal. So, okay, Gegenangriff. Den leute ich jetzt ein. Speicherfeuer. Aber bis ich den Gegenangriff durchgeführt habe, haben die eh schon wieder 50 Einheiten nachgebaut. Ach, vor allem, die haben aber auch gar nicht mit den Einheiten angegriffen. Das ist ja lustig. Jo, tschüss, Krabbe. Geh ruhig in deinen Tod. Das ist doch echt ein Witz. mein Häufling. Wie viel kosten die? 50 oder was? Diese komischen Einheiten da. Ach, genau, jetzt weiß ich wieder, warum ich von der anderen Seite angreifen wollte. Ich vergaß schon fast. So, ich komme jetzt einmal ein Stückchen näher und jetzt greift ihr alle das an. Damit die Scheiße jemanden ändert. Oh man, ihr seid doch echt zu dämlich. Ihr seid zu dämlich. Anstatt, dass sie dann einfach stehenbleiben, ne? Wollen die unbedingt ihren Senf dazugeben. Ich glaube, die Infatrie ist gar nicht mehr so schlecht, weil ich glaube, diese Einheiten sind nicht so stark gegen Infatrieinheiten. Diese Spinning-Richtkicks. Ja, Gott, und zerstört das eben auch noch. Krabbe, bleib stehen, bleib stehen. Es ist alles, es ist doch gleich kaputt. Alter, die machen mich fertig. Gar nicht mehr. So. Wo ist das Kackteil? Wo ist das Kackteil? Das Kackteil meine ich. Die kommen, die bekommen es einfach nicht hin. Komm, zerstört es doch einfach mal bitte. Danke. Und jetzt vernichtet das. Mit dessen habe ich hier noch ein bisschen nachgewohnt. Das ist doch sehr gut. Okay. Alles klar. Ich erforsche hier mal ein bisschen. Die greifen mit viel zu wenig Einheiten an. Warum greifen die es nicht an? Ihr könnt doch so weit schießen, Mann. Ey, ihr macht mich doch fällig. Ihr bringt mich doch ins Graben, ihr Wichser. Guck mal, schau euch das mal an. Warum greifen die es nicht an? Weil die Dinger hier im Weg stehen, oder was? Die können doch da drüber schießen. Ihr habt doch eine Raketenwerfer. Dann greift wir in Hessen bitte den Bauhof an, okay? Ja, und du machst meinetwegen den Turm kaputt, ist mir auch egal. Lasst euch nur nicht selbst töten. Alter. Hehehe. Das Spiel probiere ich noch ins Graben, habe ich das Gefühl. Ich brauche Big Picks. Ich bin noch ein bisschen Asche nebenbei verdiene. Ja, okay, kommt, das sollte eigentlich reichen hier in der Basis. Was steht da? Was hast du gesagt? Ich habe das nicht gehört. Wie lange brauchen wir mal so ein Ding kaputt zu machen, das ist unglaublich. Wobei, die schicke ich mal zur Reparatur, das ist glaube ich ganz sinnvoll. Bevor ihr es irgendwie doch noch weg für Rex, weil mich hier eine andere Basis angreift. Weiß man ja nie so genau. Ich werde nicht denn den Turm. Sonst irgendwas? Nein, okay, alles Paletti. Aber sollst du ruhig die ganze Zeit nachbauen? Ich glaube, ich setz mal einen ab, der dann wirklich hier die Geldzufuhr stoppt. Okay, wobei ich glaube, das war jetzt unnötig, dass ich das gemacht habe. Okay, das ist sehr schön. Dann hätte ich jetzt gerne mal ein paar Schweine. Nein. Wo war ein Gebäude? Hier war ein Gebäude. Okay, aber das werde ich jetzt erstmal speichern, diesen Fortschritt. Direkt noch eins. Es ist auf jeden Fall eine Geldquelle, wo ich nicht vom Öl abhängig bin, so wie ich das mitbekommen habe. Also wenn das Internet mich nicht angelogen hat, was ich einfach mal nicht hoffe. Okay, aber ich habe gesehen, da war noch einer ziemlich im Arsch. Die ich werde auch mal reparieren. Aber soll ich nochmal 1250 investieren, wenn ich das kostenlos reparieren kann? Okay, die Schweine sind fertig. Jetzt kann ich noch ein Schweine machen. Mach ich auch. Weil ja, natürlich je mehr ich habe, umso mehr Geld kriege ich dann auch hinterher rein. Und dann kann ich wirklich so langsam schon mal den Angriff nehmen, drüben die Basis aufzubauen. Also ich muss jetzt eigentlich noch ein bisschen Geld sparen. Ist hier noch irgendwas? Irgendwelche Überreste hier? Oder was? Nein, okay. Das sieht ziemlich rein aus. Gut, okay. Dann habe ich von da unten zumindest schon mal keine Gefahr mehr. Oh, ist das gut? Ist das gut? Ist das gut? Wie man sieht, ich kriege Geld. Lass dich nicht töten. Vernichtet ihn. Schützt den Roten. Schützt den Roten. Erfahrung vor Macht oder so. Okay. Was machst du denn? Was machst du denn? Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich habe gesagt, der soll nach oben verschwinden. Ey, das ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich einen mit viel Erfahrung einfach mal, kann man sagen, geopfert. Ich weiß es nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nehmt mir den Karton. Den Mechaniker habe ich zur Not noch. Kannst du was langsam noch hinbewegen? Alter, die machen mich so fällig, ne? Ich kann nicht mehr. Gut, okay. Dann speichere ich halt nochmal ab. Es sieht aber so, es geht so langsam Richtung Ziel gerade, würde ich sagen. Also von dieser Mission, wir haben ja gerade mal ein Drittel der Mission geschafft, ne? Wird ein langes Let's Play. Wollen wir mal bedenken, dass es spielt drei Kampagnen. Ja, ja. So, lasst euch, wie gesagt, nicht töten. Da wäre ich euch sehr gut verbunden, wenn ihr es so gut gekündigt. Ich glaube, ich baue da auch eine Mineralerie nochmal hin. Das ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Und der Ölbohrturm, der kann eigentlich schon mal direkt stationiert werden. Weil viel geht hier ja nicht mehr. Ach, du heiliger Bim Bam! Okay, okay. Wo ist mein Mechaniker? Da. Ich glaube, ich soll dich so langsam mal... Ne? Na, dann los. Wo ist denn der Schwache? Der Schwächste fliegt und tschüss. Nicht dich töten lassen, bitte. Nein, 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 nein. Lass meinen Bauch bleiben. Arschloch. Arschloch. Nee, 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 nee. So. Okay. Dann, ähm... Wo sind meine Gebäude? Da sind meine Gebäude. Okay. Ein bisschen ungünstig gelegen, finde ich. Boah, ich würde ja echt nochmal eine Menagerieren. Wo darf ich denn? Irgendwo! Hey! Wo kann ich das denn jetzt nicht so nah da dran bauen? Das finde ich jetzt ein bisschen unpraktisch. Ich habe Angst, dass der ganz außenrum fahren muss. Deswegen brauche ich doch erstmal was anderes. Oh, ich habe gerade echt viel Geld. Das ist gut. Ähm... Bauen wir eine Kaserne da hin. Kann man immer gebrauchen. Gerade für Mechaniker und so. Ja, ich kann da natürlich erst mehr bauen, wenn es fertig ist. Das ist logisch. Von euch war auch irgendwer. Jetzt ist mich kaputt. Okay, dann bauen wir hier erstmal direkt Mechaniker. Was? Okay, aber es geht so langsam voran. Langsam, aber sicher. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir die mich so noch immer mal schaffen könnten. So, dahin jetzt. Fumms. Okay, war klar. Da ist direkt... Da ist noch eine Basis. Oh mein Gott. Hilfe, kommt! Lauft! Lauft, Leute! Lasst euch nicht vernichten. Auf keinen Fall. Verpiss dich... Verpiss dich aus der Reichweite des Turm ist. Nein, 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 nein! Bleib schön da, okay? Bleib schön da. Gut. Das ist auf jeden Fall gut, wenn die dann schon mal fertig wird. Möchte ich dann hier unter Umständen vielleicht echt nochmal... Dann habe ich drei Sammler. Ihr könnt noch, ne? Ihr könnt noch. Das ist sehr gut. Es ist fertig. Das wusste ich nicht. Das habe ich so jetzt nicht kommen sehen. Du kommst da durch. Auf jeden Fall kommst du da durch. Da bin ich mir sicher. Und den Mixer. Ich habe keine Ahnung, wie stark die Dinger da unten sind. Okay. Schweinchen. Können wir eigentlich noch ein paar bauen, theoretisch? Können wir hier oben direkt hinsetzen, oder? Da oben steht, glaube ich, keinem im Weg. Ja, komm, bauen wir hier oben hin. Theoretisch, ich denke mal, die da oben könnte ich eigentlich verkaufen. Bau fertig. Weil ich glaube nicht, dass sie... Ich kann nur vier Schweine bauen, warum kann ich nur vier Schweine bauen? Das finde ich aber nicht gut. Recht nicht. Bau fertig. Geht. Geht. Geht.